Kommt ein Pkw-Fahrverbot für Rentner ab 60, wenn diese ihre Fahreignung nicht nachweisen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ein Vorschlag der grünen Abgeordneten Karima Deli schlägt in Deutschland für ganz, ganz hohe Wellen, sorgt für massive Empörung, sie schlägt folgende Anpassung vor. Ich gehe gleich mal rein, ich habe das mal zusammengefasst hier in dieser Darstellung. Die Dame möchte, die grünen Abgeordnete, die französische grüne Abgeordnete möchte also ein Tempolimit für Fahranfänger einführen und zwar sollen die oder dürfen die nur noch 90 kmh fahren. Die Fahranfänger sollen nach der Probezeit eine erneute Fahrprüfung ablegen und es soll das begleitende Fahren für Fahranfänger ab dem 17. Lebensjahr, wie in Deutschland zum Beispiel, möglich abgeschafft werden. Dazu möchte ich gleich was sagen. Meine Damen und Herren, bei uns in Halle Saale, da wo ich herkomme, wo wir hier unsere Kanzlei haben, wunderschöne Stadt, kommen Sie die mal besuchen. Wir haben super Händelfestspiele und so weiter, also wir können schon ein bisschen was bieten in Halle. Da kostet die Führerscheinprüfung PKW im Schnitt jetzt zwischen 4.500 und 5.000 Euro. Wir haben das selber an eigenen Leib erlebt. Ich habe selber Kinder und die haben jetzt ihren Führerschein gemacht, die sind 18. Und wir waren ganz glücklich, dass die das sofort geschafft haben, also im ersten Rennen theoretische Prüfungen sofort bestanden haben, praktische Prüfungen sofort bestanden haben und dann mit 17, also sie waren dann ein bisschen älter als 17, begleitendes Fahren. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sollen die also nach der Probezeit eine erneute Fahrprüfung ablegen, die kostet wieder Geld. Und wir alle wissen ja in Deutschland, dass wir hier gesegnet sind mit ganz, ganz vielen Fahrschulen, mit privaten Fahrschulen. Also die werden auch immer weniger. Die haben ganz hohen Run und die Kosten steigen in das Uferlose. Also dieser Vorschlag ist schlicht und ergreifend ein Skandal, eine Frechheit. Das kann wirklich nur von irgendwelchen Leuten kommen, die im Europäischen Parlament sitzen, einen Haufen Kohle verdienen, sich selber über den Fahrdienst der Europäischen Union durch die Weltgeschichte fahren lassen, dafür nicht einen Pfennig bezahlen müssen, selber möglicherweise keinen Führerschein haben. Also ich finde das schon eine maßlose Frechheit. Meine Damen und Herren, ich darf ja die Kosten für den Führerschein noch nicht mal von der Steuer absetzen. Und dann kommt der nächste Burner, Abschaffung begleitendes Fahren für Fahranfänger ab 17. Also das ist wirklich ein, also dieser Vorschlag, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, über alles andere bei der Fahreignung von Rentnern ab 80, da kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Aber dieser Vorschlag, das ist schon ein Skandal. Das ist schon eine Frechheit von dieser Frau. Das konterkariert das Vertrauensverhältnis von Eltern zu ihren eigenen Kindern. Kinder dürfen in Deutschland, wenn sie einen Führerschein, einen Pkw-Führerschein haben und 17 Jahre alt sind, begleitend mit ihren Eltern fahren. So, die Eltern sind also beim Fahren der Kinder mit dabei. Die passen also ein bisschen mit auf. Die gucken nach links und nach rechts, geben vielleicht nur sachdienliche Hinweise, lernen selber auch noch mal was dazu. Ja, ich habe das ja selber gemerkt, als ich mit meiner Tochter im Auto gefahren bin. Die hat so viel Neues gelernt in der Fahrprüfung, was ich vor 20 Jahren gar nicht hatte oder heute gar nicht mehr so drauf habe. Da hat die gesagt, Papa, hast du das eigentlich gewusst? Da sage ich, nee, habe ich nicht gewusst, aber schön, jetzt weiß ich es wunderbar. So, es ist doch eine super Geschichte. Begleitendes Fahren für Fahranfänger. Wo gibt es denn hier in Deutschland evidenzbasierend, evidenzbasierend hier Berichte oder irgendwelche Dinge, die aufklären, dass ein begleitendes Fahren für Fahranfänger ab 17 schlimm ist. Dass da irgendwas passiert, dass wir mehr Unfälle haben bei begleitenden Fahren ab 17 als unbegleiteten Fahren ab 18. Was ist denn das für ein Blödsinn, meine Damen und Herren? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir können doch Vertrauen zu unseren Kindern haben. Ja, also das ist doch gar kein Problem. Unsere Kinder dürfen ab 17 nur begleitend fahren in Begleitung von Eltern und die selber auch dann eine entsprechende Eignung haben, meine Damen und Herren. Das muss im Übrigen auch bekannt gegeben werden gegenüber der Führerscheinbehörde. So, also das ist mein persönlicher Aufreger. Das finde ich eine gnadenlose Frechheit, was diese Dame sich da erlaubt. Ich weiß nicht, wie viel Rotwein die getrunken hat bei der Abfassung dieses Entwurfs. Aber Frau Delli, überlegen Sie sich einfach mal, ob Sie überhaupt geeignet sind, als grünen Abgeordnete im EU-Parlament die Interessen der Menschen in Europa zu vertreten. Ja, ich sage das wirklich so ganz knallhart. Dann soll ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger eingeführt werden. Dazu hat der Bundesverkehrsminister Wissing, ich zeige Ihnen das nachher nochmal, auch schon eine Stellungnahme abgegeben. Ob man das gut oder schlecht findet, das ist eine andere Frage. So, dann geht es um die Gültigkeit von Führerschein für unsere Senioren. Das heißt also, alle diejenigen, die 60 Jahre alt sind, da soll der Führerschein nur noch 7 Jahre gelten. Alle diejenigen, die das 70. Lebensjahr verendet haben, dann nur noch alle 5 Jahre. So, und dann ab dem 80. Lebensjahr soll der Führerschein nur noch 2 Jahre Gültigkeit haben. Um die Eignung bei einem Neuantrag oder Verlängerungsantrag des Führerscheins ab 60 nachzuweisen, soll es verbindliche Kontrollfahrten und Auffrischungskurse mit einem Fahrlehrer geben, sowie verpflichtende allgemeine ärztliche Untersuchungen zur Fahreignung und Fahreignungsprüfung für die Erneuerung des Führerscheins. Also, meine Damen und Herren, da kann man auch trefflich drüber streiten, ob das wirklich ziel- und zweckmäßig ist. Bei 80-Jährigen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man da mal genauer hinschauen sollte. Wir erleben das ja öfters mal, dass schon Seniorinnen oder Senioren mit höherem Alter dann auf der Autobahn zum Beispiel entgegen den entsprechenden Verkehrsrichtungen fahren oder ein bisschen verwirrt sind. Das kann schon alles sein, aber da ist ja auch die Familie mit dran, dass man einfach sagt, okay, man guckt da mal genauer hin. Aber letzten Endes zielt das nur auf eines ab. Massive Einschränkung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Massive Erhöhung der privaten Kosten. Ich muss einen Auffrischungskurs machen mit 60. Was soll denn das eigentlich werden, wenn ich mit 60 noch arbeiten gehe oder mit 65 arbeiten gehe? Dann soll ich meine Fahreignung nachweisen durch einen Auffrischungskurs? Wann kriege ich den Termin? Wann kriege ich einen Termin beim Arzt? Was passiert, wenn der Arzt feststellt, dass ich zum Beispiel Probleme mit meinen Augen habe und ich muss mir eine Brille anfertigen lassen oder ich muss zu einer notwendigen Operation? Ich kriege den Termin nicht, verliere ich dann meinen Job, weil ich meinen Führerschein nicht kriege. Was sind das alles für Regelungen? Die gehen an der Lebensrealität hier in Deutschland völlig vorbei. Meine Damen und Herren, es ist schlicht und ergreifend eine grünen Abgeordnete Delhi. Wir haben ja sehr häufig Vorschläge von den Grünen, die an der Lebensrealität in Deutschland vorbeigehen. Aber auch verursacht durch grobes Kommunikationsversagen. Das haben wir ja auch bei dem neuen Heizungsgesetz durch unseren Bundeswirtschaftsminister Habeck erlebt, meine Damen und Herren. Ziel dieses EU-Entwurfs zum Führerschein ist es, die Unfallzahlen erheblich zu reduzieren. Das will ich mal unterstreichen. Das ist sicherlich ein Ziel, was man verfolgen kann. Aber ob das die geeigneten Maßnahmen sind, das weiß ich nicht. Und jetzt sage ich Ihnen noch, was unser Bundesverkehrsminister Minister Wissing zu diesen ganzen Vorschlägen hält. Und der hat auf seiner Internetseite am 21.09.2023 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr als Artikel ganz groß fett gedruckt geschrieben. Keine neuen Führerscheineinschränkungen für Fahranfänger und Senioren. Dazu das Bild dieser netten Dame mit dem Führerschein. Und dann hat der Volker Wissing da voll vom Leder gezogen. Das kann ich nur unterstreichen, was er da gesagt hat. Aber eines der wenigen Dinge, die ich wirklich auch mit Herrn Wissing gemein habe. Nachdem sich die deutschen Grünen von dem Vorschlag ihrer europäischen Kollegin scharf distanziert haben, fordere ich Karima Deli auf, diesen an der Realität vorbeigehenden Vorstoß offiziell zurückzuziehen. In Zeiten, in denen Europa durch zahlreiche Herausforderungen gefordert ist, müssen wir eine Politik für und nicht gegen die Menschen machen. Ja, Herr Wissing, das sollten Sie sich bitte auch mal an die eigene Nase reiben. Ja, dafür zu sorgen, zum Beispiel mit Habeck, dass in Deutschland die Inflation zurückgeht und betroffene Menschen in Deutschland einen finanziellen Ausgleich für die inflationsbedingten Kosten bekommen. Zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, 21 Millionen warten sehnlich darauf, dass endlich mal hier ein bisschen Geld locker gemacht wird. Aber das schaffen Sie ja leider als FDP-Minister auch nicht. Oder der Herr Lindner zum Beispiel. Aber da noch weiteres. Der Herr Wissing sagt dann in einem Update vom 21.09.2023, 9 Uhr zur Einführung von Tempolimits und Nachtfahrverboten für Fahranfänger und dem Ablaufen von Führerscheinen von Senioren. Das ist ein massiver Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Gesellschaft. Mobilität heißt Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Der Vorschlag aus dem EU-Parlament ginge voll zu Lasten der Älteren und Jüngeren im ländlichen Raum. Wir haben bei den älteren Autofahrern keine signifikanten Unfallzahlen und damit keinen Grund für einen Generalverdacht. Wie kämen wir dazu, die jüngeren Autofahrer abends von der Straße zu verbannen? Wie sollen sie ihren Arbeitsplatz erreichen, wenn sie etwa Schicht arbeiten? Diese Vorschläge sind empörend. Ja, meine Damen und Herren, das betrifft ja nicht nur dieses Nachtfahrverbot. Hätte ja nicht nur die Folge für jüngere Autofahrer, dass sie nicht mehr zu ihrem Job kommen, sondern es hätte auch die Folge für ältere Autofahrer ab 60 oder ab 65 dann, dass die auch nicht mehr zu ihrer Arbeit kommen, wenn sie zum Beispiel wegen einer Erkrankung sich behandeln lassen müssen. Diese Erkrankung Auswirkungen auf die Fahreignung hat, meine Damen und Herren. Das geht doch auch so nicht und deswegen halte ich diese Vorschläge generell auch für empörend. Herr Wissing sagt dann, er lehnt die Änderungsabschläge ab. Klar ist, Deutschland wird den Vorschlägen in dieser Form nicht zustimmen. Die Verhandlungen zur EU-Führerscheinrichtlinie befinden sich noch im frühen Stadium. Die EU-Mitgliedstaaten haben daher noch die Möglichkeit, Änderungen einzubringen. So, meine Damen und Herren, das kann man also voll unterstreichen. Diese Vorschläge sind schlicht und ergreifend nur empörend. Sie sorgen wiederum für Unruhe in der deutschen Bevölkerung bei Rentnerinnen und Rentner, die sich dann die Frage stellen, ja, was wird denn nun mit mir? Muss ich jetzt mit 70 alle fünf Jahre zum Arzt rennen? Muss ich mich untersuchen lassen? Was ist, wenn der feststellt, dass ich mit meinem rechten Bein vielleicht nicht mehr so die Bremse richtig treten kann oder das Gas richtig treten kann, kriege ich dann meinen Führerschein oder kriege ich ihn nicht? Wenn ich im ländlichen Bereich lebe, muss ich ja irgendwie einkaufen gehen können oder einkaufen fahren können, weil ich brauche ja was zu essen. Wie komme ich dann an Lebensmittel ran? Alles solche Fragen, die letzten Endes hier im Raum stehen. Aber Gott sei Dank hat die höchste oder eine der höchsten Stellen in Deutschland, der Bundesverkehrsminister, hier klipp und klar gesagt, mit ihm gibt es solche Vorschläge nicht. Ja, Herr Wissing, da gratuliere ich Ihnen. Das ist mal eine Ansage, aber eines der wenigen Ansagen von Ihnen aus Ihrem Hause, die ich voll mit unterschreiben kann. Meine Damen und Herren, machen Sie sich also bitte keine Sorgen in Deutschland. Ihr Führerschein wird Ihnen nicht deshalb weggenommen, weil Sie jetzt 60, 70 oder 80 sind oder aber die 17-Jährigen, die jetzt Ihren Führerschein machen in Deutschland, müssen keine Angst davor haben, dass Sie dann nicht schon mit 17 Auto fahren können, wenn Sie Ihren Führerschein erfolgreich bestanden haben, wenn die Eltern dann als begleitende Fahrer mitfahren. Und ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger wird es in Deutschland auch nicht geben. Was für ein Irrsinn. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine renten- und verkehrsmäßig starke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.